Und nun möchte ich die junge Königin verspeisen, serviert sie mir mit derselben Soße wie ihre Kinder. Der Haushofmeister geriet in helle Verzweiflung. Er konnte sich nicht vorstellen, wie er sie diesmal hinters Licht führen könnte. Die junge Königin war 20 Jahre alt, nicht gerechnet die 100 Jahre, die sie verschlafen hatte. Und er wusste, nie würde er ein Tier finden, das so weißes, zartes und doch festes Fleisch hatte. Um sein eigenes Leben zu retten, musste er das Leben der jungen Königin opfern. Er biss die Zähne zusammen und ging mit gezücktem Messer hinauf ins Gemach der jungen Königin. Dort gestand er ihr, welchen Befehl ihm die menschenfressende Königin gegeben hatte. So tut es doch, tut es doch, rief sie und bot ihm ihren Nacken dar. Führt den grausamen Befehl aus. So werde ich wenigstens meine Kinder wiedersehen, meine armen Kinder, die ich über alle Maßen liebte. Da der Haushofmeister ihr nicht gesagt hatte, wie er mit ihnen verfahren, hielt sie die Kleinen für tot. Nein, nein, gnädigste Herrin, rief der Mann, dessen Augen feucht geworden waren und der nun seinem guten Herzen folgte. Ihr sollt nicht sterben und ihr sollt eure Kinder wiedersehen. Ich habe sie in meinem Haus verborgen und ich werde die alte Königin erneut betrügen, denn ich werde an euer Stadt eine junge Hündin töten und zubereiten. Und ohne ein weiteres Wort brachte er sie in sein Haus, wo sie die Kinder in die Arme schloss, während er sich daran machte, die Hündin zu fangen und zuzubereiten. Die alte Königin verzehrte das Gericht mit so großem Genuss, als wäre es ihre junge Schwiegertochter. Sie verspürte große Zufriedenheit über ihre Gräueltaten und legte sich eine Geschichte zurecht, wie sie dem König bei seiner Heimkehr erzählen wollte. Die hungrige Wölfe seien in den Palast eingedrungen und hätten die junge Königin und ihre Kinder als Beute gerissen. Als die Menschenfresserin nun eines Abends, wie es ihre Gewohnheit war, nach frischem Menschenfleisch witternd umherstreifte, hörte sie das Gejammer des kleinen Tags, der unartig gewesen war. Gleichzeitig hörte sie, wie die kleine Dämmer ihre Mutter bat, ihm zu verzeihen. Die Menschenfresserin erkannte die Stimmen der Königin und ihrer Kinder und musste wutentbrannt entdecken, dass man sie hintergangen hatte. Am nächsten Morgen befahl sie in so schrecklichem Ton, dass alle erzitterten, man möge einen riesigen Bottich mitten auf dem Schlosshof aufstellen. Diesen füllte sie mit Fiepern und Kröten, mit allen möglichen Arten von Schlangen und Nattern. Sie wollte die Königin und deren Kinder, den Haushofmeister mit seiner Frau und deren Dienerin, hineinstoßen. Sie alle hatten mit dem Leben abgeschlossen und der Henker wollte sie eben in den Bottich stoßen, als der junge König auf seinem Ross heranspringte. Er wollte auf der Stelle wissen, was die grässliche Szene zu bedeuten hätte. Niemand wagte ein Wort und plötzlich wurde die Menschenfresserin gewahr, dass ihr Ende gekommen war, weil nun alles ans Tageslicht kommen würde. Sie warf sich in den Bottich mit den giftigen Kröten und zischenden Schlangen und wurde auf der Stelle von eben demselben Bestien getötet, mit deren Hilfe sie anderen den Tod zugedacht hatte. Der König war traurig, denn schließlich war sie seine Mutter. Doch er fand Trost im Gedanken an die gemeinsame Zukunft mit seiner schönen Gemahlin und den wohlgeratenen Kindern. Der König war traurig, denn schließlich war sie nicht in den Ort,